Wir wissen jetzt, wie wir da hinkommen ohne Sachen zu bauen. Wir bauen also die Umarmungsgruppe. Wir können das Schwert mitnehmen und versuchen den Präzisen zu töten. Das ist auch noch ein Ende. Erstmal will ich sie befreien. Mitnehmen und nach Hause bringen. Das wird auch auf dem selben Weg zurück möglich sein. Hier geht es rüber. Das ist die Prinzessin. Okay. Wir wandeln sie wieder weg. Oh nein. Wir müssen hier verschwinden. Das Hinterausgang hier. Das Bild von dem. Da ist ein großer Mimik im Weg. Nein. Weg hier. Haus hier. Ich hätte vergessen. Sie haben hier einen speziellen Durchgang für das First gebaut. Okay. Schnell durch hier. Um von Mimik gefressen zu werden. Oha. Schau dir den großen, harten Kerl in seinen riesigen Gaun-Rüstungen an. Über kompensiert alles etwas. Das Dunkel-Nord. Back here. Wir retten die Prinzessin. Wir können einen mit nach Hause nehmen. Jetzt haben wir die Dunkel-Nord auch hier. Nein. Wir kommen jetzt zurück. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Okay, das ist jetzt zu. Ich habe die Prinzessin mitgebracht. Wir sind fast schon wieder da. Prozessin. Okay, das Tor ist verschlossen. Das ist blöd. Okay, wir kommen jetzt am Tor vorbei ohne Schwert. Mit Schwert könnten wir uns jetzt hier durchschlagen. Keine gerne Passage. Oha. Oha. Was ist da passiert? Ich habe mich mit gefressen oder was? Und nun? Ah, sehr schön. Die Prinzessin ist wieder zu Hause. Na toll. Wir werden wahrscheinlich nur noch ein Leben. nach Hause. Puh. Nach all den Jahren, die die Prinzessin in einem Verlies verortet war. Und waren die Prinzessin nicht das nette kleine Mädchen, an das sich alle erinnerten. Sie sperrte den König ein und übernahm die Kontrolle über die Armee. Versklavte alle, umgefallen ihnen eine prächtige, goldene Staate von ihr zu machen. Politik. Ende 51. Okay. Jetzt müssen wir sie mal erstechen. Sieben Jahre später. Auf so einen Prinzessin. Können wir noch verschiedene Endings mit dem, mit dem, mit dem hier Typen, mit dem dunklen Nord machen. Der müsste jetzt da sein. Jahr 69. Höhö. Tag 81. Jahre später verbrannte ein neuer Krieger die Prinzessin und verbannte die Prinzessin und wurde König. Die Prinzessin konnte irgendwie entkommen. Da frei hält es aus. Ist doch wieder Tim. Ich werde wohl mit dem Schwert versuchen, die Prinzessin umzubringen, was wir dann haben. Die Prinzessin, ich rette dich. Ich hoffe, du gehörst wirklich nicht zu den Endings, die die Frauen und die Objekte behandeln. Ich hoffe, du gehörst wirklich nicht zu den Endings, die die Frauen und die Objekte behandeln. Du hast die Prinzessin als Objekt aufgehoben. Im Schlafzimmer gibt es nicht mehr viel, was wir machen können. Das ist eine Mimik verfüttern. Ich habe ein ungegubtes Gefühl. Zu Recht. Ich hoffe, dass deine gute Idee ist, durch die Fototüte zu marschieren. Oh toll. Noch ein Testosteron-Duell. Ich hoffe, du bist Level 80 oder hast irgendwelche epische Ausrüstung. Attentierter Zwerge wusste, ach so, dass es nur eine Chance von 0,01% hatte, einen Kampf zu gewinnen. Aber dieses Stimmen seiner imaginären Freunde schwang mit und erfüllten ihn mit Mut. Vielleicht hätten ihn nun ein bisschen mehr Mut davon abhalten können, in zwei Hälften geteilt zu werden. Eine 50. 3 Monate später. 546 Stiche später waren Attentierter Zwerge in einem Stück und wieder bereit für das nächste Abenteuer. Hä? Oh. Ich glaube, das sieht nur so aus. Die kenne ich wirklich. So was können wir jetzt noch machen. Meine Prinzessin haben. Das Huhn wollte ich noch was probieren. Ich wollte noch ein Huhn holen dann dort. Um die Klippe fliegen. Da wissen wir jetzt auch eine Abkürzung. So. München mitnehmen. Dann zählst das Huhn. Schauen wir es jetzt doch bestimmt über dir. Ok. Wie kommen wir jetzt hier vorbei. Entschuldige Beherzmann, wir haben die Brücke hochgefahren. Angriffe der dunklen Armee. Ich kann dich nicht ohne Waffe passieren lassen. Hm. Dann brauchen wir Schwert und Huhn. So. Vielleicht kann man da irgendwie hochkommen. Nein, 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 nein. Hier kann man durch. Das war eine Möglichkeit. Das schaffen wir dann hier hochzukommen. Und mit Schwert kämen wir hier durch. Mit Schwert und Schwert. Das kann ich nicht. Kann ich es nicht machen. Rein ein Skelett. als bei einem Fischersee. Nicht mehr hier kommen wir mehr hoch. Als ob. Wenn wir jetzt umbringen gehen. Stecken wir fest. Wenn wir irgendwo mehr hoch. Wenn man es gesoft locht. Ich habe das Spiel bestimmt nicht gedacht. Jetzt können wir mal bei der Wey gucken. 47 Endings. Massenvernichtungswaffen. Okay. Können wir mal mit dem Kompass machen. Das müssen wir uns davon hinführen lassen. Zum Glück gibt es hier das Versetzdingens. Das mache ich auch. So. Okay, lassen wir uns das Massenvernichtungswaffen anzeigen. In dieser Richtung. Das ist jetzt natürlich blöd. Oh. Hier können wir lang. Gettet man nicht. So. Und zu zweitem sind das Ende. So. Ich meinte. So. Das ist das. Das ist der Wachstum. So. Das ist das Ende. Hier geht es hier lang. Hatten wir hier was noch nicht ausprobiert? Nur Städte. Da müssen wir wirklich graben, um da runter zu kommen. Sturz auf mehrere Felsen, aber schmerzhaft. Nach dieser Änderung, als ob Batman beim Sturz umgekommen ist. Ingenieur. Let's start Batman with some conflict. Cool.